Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video mal. Heute mal ein ganz anderes Video, also die Hater. Und jetzt mache ich ein Ding. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, das war jetzt mein Intro. Jetzt fang mit dem Video an, ja. Und ja, diese Hater hier, die andere beleidigen, auch YouTuber, vielleicht auch manche sind, zum Beispiel Top 10 schlechte YouTuber, die sind sehr richtig dumm. Wieso machen die das, ja? Die waren auch mal schlechte YouTuber. Und ja, das wollte ich mal nur sagen. Und danach, und danach andere kommentieren, in Ruhe und so, was weiß ich, ja. Ne? Wie geht's dir? Nicht alle gucken, ja, okay. Und danach, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ich morgen, äh, ob ich morgen eine Longboard-Tour wieder mache mit meinem Freund. Habe ich schon heute von Enigalow bis zu Westkirchen gemacht. Also hat eine Stunde gedauert. Ach ja, diese Hater, warte. Die Hater hier, die sind hier so, ähm, Dings und, wie soll ich sagen, Und die waren auch mal schlechte YouTuber, diese YouTuber, alle. Ja. Und wieso kommentieren die Huren so und, ja, fick dich oder so. Wer kommt auf mein Video, hoffentlich euch hat, hat das gefallen, hoffentlich, hoffentlich teilt ihr das oder lasst ein Like da oder ein Abo. Würde mich, würde mich freuen. Und ja, ciao, bis morgen zu einem neuen Video. Ciao. Und, Leute, ich weiß nicht, ob ich mit YouTube aufhören möchte, weil ich kaufe, ich will eine Kamera kaufen, aber ich weiß jetzt nicht, welche. Wenn ich groß bin, kaufe ich vielleicht eine, dann fange ich neu an mit YouTube. Ich weiß jetzt nicht. Nein, nein, ich bleibe. Ich lass meine YouTube. Okay, wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao.